Nein, ich kann nämlich auch schnell, ich hätte das nicht gewohnt. Dampft die Nappeligen Nappel von weit weg im Boden. Ich liebe einfach die Sprache der Trolle. Die Nappeligen Nappel von weit weg im Boden. Mami! So, blöde, ne? Flitsch, flitsch. So, dann halten wir uns mal wieder hoch. Und nochmal. Flatsch. Oh, flatsch. Oh, da geht gut ab. Sinjuns linkes Auge. Na, guck mal an. Wenn mein schlimmes Auge mich nicht trügt, könnte das ein guter Anfang sein. Ihhh. Sein rechtes Auge fehlt auch noch. Ist ja eklig. Ähm, Karte. Nein, das habe ich in der Kopf der Statue. Irgendwo müsste hier ein Kopf liegen. Oder sonst irgendwas. Da liegt schon was. So, plupp. Ich stelle ein Zeichen in die Statue. Haben wir. So, das ist die Richtung, oder? Da oben ist der Kopf. Können ja ein paar Mobs mitnehmen. Ach, hiervon ist auch ein Teil. Kämpfe 4 einfach mal kurz gegen die 3, die wir wieder haben. Oder 4. Scheiße. So. Mach mal das mal raus. Gluck. Gluck. Einmal hochheilen. Gluck. Einmal hochheilen. Gluck. Ja. Ja, beim Groben und Ganzen ist das doch alles so easy peasy bisher. Hätte ich echt nicht gedacht. Weil da auch teilweise sind da sogar noch irgendwie... Warte. Warte. 318, 318, 333, 272, 333, 18. So, das ist nicht so was übergekühlt. So, jetzt hat er auch so ein rechtes Auge. Mein Jagdkumpel, jetzt kann ich in Ruhe zu meinen Uhren gehen. Hat er jetzt alle Sachen? Nee. Schnufts Leichnam fehlt noch. Wobei Schnufts Leichnam haben die nicht, oder? Doch, die haben auch Schnufts Leichnam. Plupp. Da oben ist der Kopf. Plupp. Moment. Haben wir das zu unten willkommen? Seine Schulter der Statue, Arm an der Wolkenstatue. Da hinten ist die Schulter. Flutsch, flutsch. So, kämpf du Bestie. Der Leichnam? Nee. So, zeichnen wir das gute Ding auch noch. So. So sind die Statue aus. Während die Zahlen näher betrachten, wünsche ich euch jetzt gar nicht, dass die Kreaturen nicht wirklich existieren. Da werden wir leider enttäuscht. Plupp. Plupp. Jump. Jump. Oh, wir sind ja schon in der vierten Folge, bin ich gerade. So. Weg mit dem. Was hier worden? Quest beenden. Ledertunika. Miet. Später. Wir müssen nach da hinten irgendwo. Genau. Aber ich zeichne gerade auch noch mit 26 FPS auf. Sollte zwar flüssig sein, aber man sieht noch ein leichtes Hakeln, schätze ich mal. Sollte ich mal nachbekommen, dass da so ein Problem ist. Können wir allgemein gleich nochmal was einstellen. Okay. Hochheilen. System. Aufweg. Okay. Es hat schon mal ein bisschen was gebracht. Ja. Ja, geistig ist alles erstmal neu. Und zwar Sichtweite hoch. Das ist okay. Partikeldichte ist niedrig. Schattenqualität. Mittel. Storflösung hoch. Deaktivieren. Ah ne. Zum Spiel. Beides ändert an der Schreibweise fast nichts. Das sind so minimale Werte. Das ist schon traurig. Ah, kommt. Okay, noch 10 Minuten nach der Zeit. Es reicht ja auch noch ein bisschen was zu reißen. 56% haben wir jetzt innerhalb von 50 Minuten. Schön eigentlich mal so einen Überweg zu bekommen, wie lange sowas dauert. Bin ich gar nicht mal so schlecht. So, hier kommt jetzt der gute General Nutscreme. Für die Horde. Mit dem wir die Quest dann abgeben müssen. Nichts und niemand wird uns aufhalten. So, Quest beendet. Mögen unsere Feinde vor euch fliehen. So. Äh, da, da, da. Weitere 317. Wie führten wir denn vorher? Äh, kriegen wir hier auch irgendwelche Sachen? Nein. Okay. Hier haben wir noch eine Quest. Bei den Kuppelplop. Hier haben wir auch nichts. Ach, da haben wir noch eine Quest. Bei Händler Zinn. Schaut euch meine Waren an. Aber. Es gibt nur auch nichts. Ist natürlich so optimal. Ich habe noch eine Idee, was ich machen könnte. Wegen der Framerate. Das kann ich aber leider nicht jetzt machen. Ähm. Und zwar die ganzen Händler Zinn so raus haben, die ich hier gerade so drin habe, die ich eigentlich nicht brauche. Die Minimap. Oder ich probiere es nochmal mit einem anderen äh 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 mit einem anderen Aufnahdruck an mit Fraps oder so. Was das denn dazu sagt. Oder ich will hier allgemein auch mal ein bisschen rum. Ah, mal fest, dass ich an sich liegen. Ich habe schon die ganz schnell gewonnen. Weil ich habe mir jetzt auch eine SSD holen, wenn ich darauf schreiben kann. Wird wahrscheinlich eine 5,8 Gigawalt. Das wird nochmal richtig teuer. Wo kommt ihr her? Viel Spaß! Okay. Grüße. Danke. Was macht ihr gerade? Erzähl' mir eine Geschichte bevor ihr zuvor ist. Auch für uns jetzt schon bemerkt, dass wurde hier ist, während ich den ganz Leute abgestitten habe. Du bist echt ein Blitzmerker. Bei was eigentlich eines der größten Sachen ist es einfach die Sichtweite. Ja, aber auch das ändert nicht viel. Alles sehr komisch. alles so er kommt geht doch sehr strange ich kann ich auch unterbrechen wenn sie irgendwie kostet da stimmt natürlich so fäuste ins gesicht klatschen ja ich weiß jetzt nicht mehr wie ich ihn habe das ist uncool hallo ich sterben danke danke wir werden jetzt wie lange nämlich auf zurückkehren das gasthaus gehen das gasthaus ist dahinten einfach aus dem grund wegen erfahrungsbonus und co gegen nach dem plan mutti ist die geduldige framerate gehst du mal bitte hoch was habe ich dann framerate wenn ich hier system record ich mit anstatt 25 fps record ich damit 33 das kann eigentlich nicht sein dreifach buffering hat vertikale sind weil das jetzt auch unterschied macht stark sind aktiviert die versuchung des bloßes ändert auch nix hat für kürzer eskalieren scheiße Das bringt alles nichts. Ich kann hier rumstehen, wie ich will. Es ändert nichts. So, wie gesagt, dann werde ich jetzt hier mal einen Aufnahmestopp machen. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Wenn es wieder heißt, let's play Waterford of Mist of Pandaria. Bis dahin verabschiede ich mich recht herzlich von euch. Moment, das eine will ich hier wieder haben. Das kann ich eigentlich auch wieder nehmen. Ist ja eigentlich cooles Buff Food. Achso, das kaufe ich gerade. Ah. Das wollte ich hier haben. Das kann alles weg. Nein, das nicht. So, wie gesagt, wir sehen uns in einer weiteren Folge. Bis dann, bei Wehrkriegsbrei. Wobei, ich kann ja heute noch kurz noch kurz hier blablab zeigen. So, Wehrig, Stufe 90. Mein lauter Charakter. Ein höchster Charakter. So, und hier nochmal meine ganzen Add-ons. Ja, man sieht sich. Bye. Ferien. Und krieg's los.